ich bin jemand anderen ich war immer ich bin mit ist es genau so bad Daddy Mord sag mir jetzt im Hintergrund unser Witz ja unser Witz du bist du so und bist du los einmal wenn ich mich raus hab das erste Game dauert immer ewig zu laden und dann geht's einfach dann bist du einfach schon ein paar Sekunden fertig so wie beim Sex ja was mir fällt gerade auf der Adek ist schnell als den Jürgen fertig geworden ja das erste ich weiß nicht warum es dauert immer das erste Game was wir machen dauern ne zwei Sekunden wow jetzt übertreibst du ein bisschen ja hab ich auch jetzt ist ein Mömer-Nest ich dachte der Typ wäre Adi oh scheiße jetzt habe ich ein Problem weiße Adi warum gibt's hier Sachen für AP weil du beides bist nicht nur wenn es bist du nicht was da steht magischer Schaden oder magischer Schaden oder beides oder absoluter Schaden aber ich glaube nicht dass du absoluter Schaden machst das macht absoluten Schaden niemand nimm mal eher schaden nein eine macht magischer eine macht normal und das zweite keine Ahnung man wichtigste ist wieder langsam sag dir mal wieder ach so du bist von Schaden bewahrt auch so ja ich kaufe auf jeden Fall erstmal das da ja der erste Grab geht immer daneben das ist mein nein sagt wie ich schlecht sowas also ja ich muss sagen mein Typ hat eine behinderte Stimme er ist behindert das ist ein Schädling wie im falschen Busch ich bin ja nicht drübeln sag was ah! zieh zieh von Bord zieh zieh odier 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 zieh zieh aber erst nachdem was ein bitte nachdem was ein Mann war es halt oder ja ja na ja aha wow wow ok ja schieß auf den Tank lol raffeln raffeln Alter ey die haben zu viele zu viele Tanki wir nicht wir machen geht schon Timo nein den hab ich ja gar nicht gesehen ja blöd sichtbar nicht mal beim Ladebild ok ich war auch beim Ladebild nicht mal da ich hab irgendwas anderes angesehen ich hab irgendwas anderes angesehen ja du blödsinn scheiße wie immer ist doch schön schön braun und süß schön braun und süß ja ja können wir jetzt nicht gut sein doch Mann bin ich der Einzige der hat keine Ahnung hat auf wen wir gehen ja ne ich hab auch keinen Plan auf Timo oder Gangplay also ich wär viel ja ich bin da von UD für Qs und dann macht er einfach so ein nicht alter ich hab eigentlich mein E gedrückt aber mein E wollte ja nicht gedrückt werden also gut dass keiner von uns gestorben ist steht hier ja ne wirst du gestorben ja ich glaub Skarner oder ja du kannst alle waren wollen vor allem haben hallo es geht noch mit nur hier ich hätte ich hätte stehen ich sehe man den Busch das ist das Böse im Busch ach ich das Alter wenn er so lange nicht mehr Blüschkring spielt dann ist das auch schwer wenn ich gerade noch nie gespielt habe dann ist es noch scheiße bis zu dem das war das ist ein kleiner Ding das ist ein kleiner Ding das ist ein kleiner Ding was die Mana gibt also wegen Mana stößt ne? aber im Amoral da was halt ist jetzt das ist das das ist aber schon schön Timo mit seinem Liefschuss tut dann ich sag mir geht noch Timo ich mag ihn nicht keiner mag Timo wir haben hier vor allem Dich auch Dich 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 Luhi Dabu Ich schieße, Alter! Gut Job! I've got this! Das klang zu dem I've got this! Solang ich got this, ist alles okay! Ah, ich habe den Kill gemacht, ich habe mir alle ausgeflippt! Alle! Natürlich! Was willst du hier, Alter? Ja, okay! Das ist wieder Ö... Ja, und das war gut! Ach komm! Ja, fokuss einmal an den Tank! Ab da für mich! Mein tank! Ich bin tank! Wie, Gas tank! Was? Ich habe jetzt... Ich habe jetzt mein Full tank! Also... Komm mal, gehst du dann auf AP? Oder wenn der Ö mal ran tankt? Oder wie? Alter! Alter! Ich hab'n Lauf! Du hast'n Lauf, Alter! Du hast'n Lauf, Alter! Ein Lauf! Ein Lauf! Durchlauf! Wer nimmt's? Wer nimmt's rein, du? Ich nimm's! Ich habe ziemlich Leben! Lul! 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 Was willst du, Alex? Ich kann dich nicht hören! Also meine Ulti ist... Lul, das war's! Ja, der Lauf ist zu Ende! Du kannst... Du... Du musst gehen, einen packen und dann in unsere reinziehen! Ja, jetzt... Oder du wartest, bis ich jemanden geweht hab' und dann... Aber ich weiß nicht, der kann ja immer noch laufen, das ist nicht so toll! Geh... Geh das Halbding hinten holen, Alex! Der muss den ganzen da laufen, Alter! Geht ja! Ne, geht nicht! Der, den Nasus! Genau! Das war nicht Nasus! Alter, das war Nasus! Das war nicht Nasus! Darn, Alter! Double ulti! Ja, das war nice, Alter! Ja, das war nice, Alter! Okay, das war nicht gut! Okay! Wir sind irgendwie alle drin gestanden! Alter, ich hab' gar nichts mehr gesehen! Wer hat denn den ganzen Schaden ausgeteilt jetzt? Timo! Ne, der Ding! Ist ja Gangplank, ist der ulti dann, ne? Ja klar, aber Timo hat mich einfach weggebetzt! Keine Chance auf irgendwas! Also ich hab' mir der gekreilt! Akul! 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 Alter! So ein kranker Motherfucker! Also ich bin der Supporter, weil der Phambara... Ach, ich bin der Supporter, Punkt! Hat keiner was dagegen gehabt? Ja, nein, gut! Dann hol' ich mir die Augen! Obwohl, der immer ist zank! Was macht dieser GG? Also, hab einen! Nein! Ja, Mann! Nimm den durch! Good Job! Gut geschissen! Danke! Ich bin einfach der beste Scheiße! Wenn ich jetzt so... Reich! Ich hab' geschissen! Ich hab' geschissen! Ich hab' geschissen, Alter! Du bist dummer, Alter! Ich glaub's ja! Mein Gott! Sie empfiehlt hüpfen, Lars! Das ist... Ich hab' geschissen! Ich hab' vier Last Hits einfach mal! Ich hab' nie vergessen! Ich hab' nie direkt in die Augen sehen! Doch! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Und dieses Eikindes drüben hab' ich auch schon mal gesehen, die Stunde! Du hast ihn durchgehend, oder was? Naja, was? Vorsicht aus dem Pilz! Na, Gott! Alter, was werd' ich eingelaufen? Jetzt! Alter, die wissen doch, dass sie näher kommen! Gibt's doch nicht! Haben die Wurz den Push aufgestellt, oder was? Grazie! Ja, jetzt habt ihr selber vollen Push, nein! Gibt's! Ich weiß! Besser ich, als irgendeiner, der zu viele Steine davon bekommt! Du, lass' mich nicht mehr pushen, dann machst du Ulti rein, dann mach' wieder ich Ulti! Und das ist cool! Okay! Okay! Noch 40 Sekunden meine Ultis auch! Nimm hier! Alex! Bin dabei! Ne, wir brauchen keine Ulti! Einmal, wenn man was vorbereiten will! Hast du da eine Ulti gemacht? Ne! Ne, ne! Komm, da fahren wir, warum man macht wieder sowas! Ich hab' nicht übergegangen! Ne, ist mir langsam! Ne, ne, Jürgen, noch einmal! Ja, einmal darf's noch, aber das war's dann! Wirklich! Alter, der Team muss fast tot! Oh! Ja, damit wieder keiner da ist! Nein! Oh Gott, ich bin so weit weg immer! Oh! Oh! Good job, Alter! Komm! Nein! Nein! Oh Mann, die Zeit ab! Nein! Ich hab' nicht! Das war'n Fail-Graduits! Das war'n Fail-Graduits! Geh's da weg, du Depp! Nein! Nein! Das kommt zurück! Diese Versand sind fast tot! Ich bin hier schon am Laufen! Voll in Fahrt, Gangsterjäger! Über Flieger, Brom, Brom, bei Samstag! Ist auch nicht so, ne, ist das! Good job, Master G! Wenn du aber nicht gestorben wärst! Als Ulti's ready, soll ich dann demnächst wieder einen reinziehen? Aber wenn wir ihn vollzählig sind! Nein! Ja, genau! Du musst lieber einen rausdrücken! Was? War du Papa? Na Gott! Na ja! Na ja! Na ja! Na gut! Wer geht aufs Klo um einen rein? Klaft! 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 Oh! Alter, ist das dein Ernst? Nicht weg! Das sind alle ziemlich low! Ich nenne! Ja! Nur du nicht! Ja! 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 Der Exo stirbst, ist schön! Und? Mama, du musst was machen, wenn du die Ulti hast! Irgendwas cooles halt! Nein! Es ist so für den Arsch, was dir gerade passiert, wenn ich das mal so sagen darf! Ja! Ja! So ein bisschen! Was? Es läuft doch alles wie geplant! Nein! Fuck! Alter! Kato, soll dich! Weil, weil vom Ball läuft alles wie geplant! Ich sag's euch! Weil vom Ball läuft alles mehr wie geplant! Weil vom Ball läuft alles gut! Weil ich so nach Plan, dass ich gar keinen Plan mehr habe, wie ich es jetzt eigentlich geplant habe! Verstehst? Er hat gar nichts geplant! Jürgen, heil dich! Genau! Jürgen, heil dich! Ich habe mich gestern Abend schon ran gesetzt und die Runde hier geplant! Nein! Nein! Der hat schon alle Tode vorgeplant! Er hat auch vorgeplant, dass ich die ganze Tode habe! Aber die Statistiken, dass ich den Champion hier bekomme, die ich stehen! Vor allem, der hat die Rotation mit Statistik! Natürlich! Doch, klar! Wollt ihr? Ja! Alter, ihr Typical! Bitte! Wir sind in der Ultima! Das ist so ein bisschen sterben, Alter! Wieso habe ich die scheiß Tower getankt? Wo sind die scheiß Tanks, wenn man sie scheiß braucht? Das ist doch selbst ein Tank! Du hast gesagt, ich soll nicht auf Tank gehen! Ich habe überhaupt nichts gesagt! Ja, was, Jürgen? Ich habe gefragt! Ich habe nichts gesagt! Nichts gesagt! Wollt ihr mich verarschen? Das geht! Das ist aber lustig, Alter! Ein Quattrober, da hat echt noch niemand geschaut! Den reporte ich! Kannst aber wissen! Wir haben den Turm noch nicht mal angekratzt, oder was? Ja doch! Er ist fast tot! Der Gegner ist Stauern nicht! Doch, schau doch mal genauer hin! Der hat ein bisschen Schaden reinbekommen, das war's! Ist fast kaputt, ja! Unser Tower, ja! Ja! Nein! Nein! Das geht nicht! Timo, Fokus, wenn es noch Teamfax kommt! Das ist auch nicht gut! Ja, das ist auch nicht gut! Das ist auch nicht gut! Wie lange hat er eine Ulti noch gemacht, oder? 30! Was macht dieser Master G, Alter? Oh Gott, nimm Timo durch! Wir sind dabei! Nein! Gott, du bist meine scheiß Arsch gerettet! Bist du mich verarschen? Geh zurück, geh zurück! Wer kriegt das? Gut, ich bin der Nächster dann! Ja! Mann! Timos verrägt! Genau dann verrägt als ich Ulti gesetzt habe! Der lebt doch noch! Nein, Timos verrägt! Der ist doch gleich am Anfang schon gestorben! Ja, der war der Erste! Ich hab Ulti genau auf ihn gesetzt und dann das aufgeregt! Wer, wenn ... Wer, wenn ... Timo, komm, komm, nimm, nimm, nimm! Warte, mach' du das! Gott! Was mich gezogen hat, da zieht sie sich in den Turm in der ganzen Partei! Ah, du hast keine Ulti, verdammt! Ja, genau, ich hab' keine Ulti! Scheiße! Wegrennen! Entschuldigen, du hast auf Schaden oder auf Tick? Ich geh Schaden und Tanks, aber nichts. Ich hab ihn nur die Master G und er bekommt gar nicht hin. Muss mal schauen, Gangplank ist normaler Schaden, Timo spielt auf magisch und normal. Ja, aber mehr magisch als normal. Nehm heil, Dings. Beide. 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 Das ist jetzt dein Ulti zum Wegrennen, hast du es gesehen? Ich hab mir jetzt einen Ulti geholt. Ja. Sag es mal. Da ist Timo. Der hat schon Kegel von mir kassiert. Ja, das passiert, du Idiot. Timo ist fast tot hier. Ja, das kannst du jetzt vergessen. Der wird jetzt hintergehen und sich heilen. Nein. Ja, ist der. Ja, ist der. Alter, wie alt ist der bitte 12, dass er sich Left 4 Dead nennt. Was? Der Left 4 Dead? Der U-Deal. Ja. Ja. Du sagst überall, die haben aber 8910. Ja. Oh Gott, perfekte Ulti. Bleib stehen hier, Jesus. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Leck mich in den Arsch. Wenn ich den einmal leben könnte. Ui. Du. neverich. Willst du die nach cens上面? Ja. Die kann manchen können. Da in den Beine zu sehen. Was ist aber ne I? Was ist das? Das ist kein Weg. Warum? Ich bin unter dem Tower. Ich war eigentlich nicht ganz unter dem Tower. Die Fan-Angriffe sind ok. Was ziehen wir diese Annoten da? Das kommt einfach kein Damage. Wir haben einen Damage healer und der hat nichts drauf. Wie kann der Ding nicht töten, wenn ich ihn vorher getötet habe? Gute Frage. After Effects? Ah no, After Effects. Er hat das Video bearbeitet. Photoshop. Er hat dir Photoshop ins Gesicht gemacht. Er hat gemeint, wie es dir besser aussieht. Ich bin süßer. Melvite, Melvite, Melvite abgeschlossen. Ich habe seine Arschhache noch in meiner Hand gehabt. Du musst mich verarschen, dass bleibt der Typ auch noch in deiner Mitte stehen. Aber schon siehst du ja die Fähigkeit von Dings und der bleibt da drin stehen. Wo ist Timo? Ist der AFK oder was? Ist auch schon. Jetzt kommt bei den kein Damage, oder? Was sollte man meinen? Ja, wieder beide natürlich. Warte, warte, ich kann nicht sehen. Da ist Timo. Ja. Okay, wir sind alles ziemlich low. Ey, ich hole mir Timo. PENTAKILL! Okay, ne, irgendwer soll es nehmen. Ah, gut. Werde drauf bestehen. Boah, das ist nicht deine Ulti, oder? Doch, meine. Nein, ne, die Hunding meine ich. Nein. Oh Gott. Alex. Das ist ein normaler Angriff bei mir. Ich hätte schon wieder nur Arschhache in der Hand. Ich will wirklich sehen, ob du wirklich den Arschhache hast. Das will ich wirklich sehen. Nein, an den zieh ich nicht an. Okay. Tut doch weh. 15 Sekunden hab ich Ulti. Ey, ich würde nie durch einen Mop sagt, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Jetzt! Ja, halt einfach Schild gegen alle, das ist überrecht. Scheiß Timo, Alter. Nichts, Alter. Nichts, noch Klibe, nein. Ich hätte ihn, ich hätte ihn getötet, Alter. Du hast ihn schnucklig gemacht. Der hat seine Lektion gelernt, glaub' mir. So komm' ich wieder als Lektor. Wie kann ich's nicht treffen? Das ist unmöglich. Ich will dich Ach du Scheiße Also Nasus noch mal ein bisschen mitnehmen Digga ich hab triple Was? What? Quadra Quadra Nein Nein Quadra gehen auf mich, aber Quadra Quadra, Quadra 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 Nein Scheiße Das hättest du gebraucht Ach, Blödsinn Ach, was darfst du? Ich hab Blitzcrank, ich brauch keine Hiding, ja Grab den einfach mal, grab den Alter Hast du grad nicht gegrabt? Mir war's halt gegrabt Ja, Timos ist auf die Faze Geh nicht, geh nicht dort, da hat er mehr Pilze im Busch Da kommt der Er ist ungleich mit dem Ding Imor kommt Timos ist schon da Timos ist schon da Timos ist schon da Timos kommt Dieser Masterji soll mal ein bisschen mehr Fokus Ja Der ist mitten im Pilzen ein Imor und ich einfach mehr Scheißkirchen haben, als dieser hässliche Masterji, der gar nicht kann Ja nix, alter Ich hab nen Quadra Ja, mal halt, klar Da Wir sind da drauf, aber Los Du kannst kaum laufen, alter Du kannst überhaupt deine Arme zusammentun Mach mal Na? Alter, ist das jetzt gewesen? Das wär's gewesen Ja, irgendwie schon Hätten wir das komplette Spiel zweimal gedreht Einmal reicht nicht Aufm Kopf und dann fallen alle die Spieler von der Karte runter Ja, als wir uns noch mal gedreht, dann ist es genauso wie es vorher war Nein Er macht keinen Schaden hier drauf Timo! Nein Was? Ach, Arschloch! Wer hat sich jetzt da in den Weg stellt Nein Vorsicht Ah Ah Keifachtur Wanns? Vielleicht kommt's Hm Zumal Ich hätte wegrennen, sonst nicht noch die Chance dazu gehabt hatte Alter, wenn wir nicht so nen 5G im Team hätten, ne Das ist doch unfassbar Ja Oh Boah Das Teil ist dauernd bevor Ich hoffe, wir spawnen wahrscheinlich Ist das immer so eier was? Ja, halt's Maul! Ja, komm, Alter! Frustral So ein Opfer-Gey Halt's Maul Unfassbar So ein Opfer-Gey Das ist ja